hm hm haha hm Nein, falsche Waffe Ach, schade Dann läuft sie wieder weg Ja, genau Aber sonst geht's noch Ja, das war jetzt doch wohl Leicht lächerlich Ja La 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 Hm 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 Also jetzt müsste ja beinahe so ziemlich alles was Sein kann Äh, was weg sein kann, weg sein Oh, es geht noch weiter Ist ja unfassbar Ich sollte nachladen Ja Mal gucken, was sagt unser Geld Fünf Punkte, ne immer noch nur vier Da geht's vermutlich raus Ja Oh, hallo Pfff, will ich nicht Ja, war klar Ja Die Frage ist Ne Scheint nicht so, als wenn Da Hinter noch irgendein Irgendwas läge, wie zum Beispiel Munition für die Steier Das find ich noch ganz nett, aber Stopp Äh, Zellenschlüssel Äh, bräuchte das Schloss schon mal nicht placken Hat doch so alles was für sich Jaja, Inventar voll, hm, schon klar Was Hatte die Tussi da auch ne Steier, oder? Oh, das ist ne Uzi Da liegt nur eine Ertatsache Okay, hätten wir das hinter uns gebracht So Sorry, du musst noch einen Moment warten Dann Sieh, hä., das ist ne Ne, uninteressant Hier hätte ich mir gedacht, es sah so wie ein Weg oder so Kinda Sein, zu Danke Sie hat mich nie wieder gesehen Ich werde jetzt irgendwo, in keinem, irgendwo Diese Gesichter auch wieder sehen Das war allerdings jetzt im Übrigen nicht der, der dich retten wollte. Ah! Kerl, geh mir bloß weg, du. Bewegst dich gruselig. Wär jetzt schön, wenn ich dafür ne Quest oder sonst irgendetwas gehabt hätte. Und dafür vielleicht XP bekommen hätte, aber nein. Wahrscheinlich gab's dafür ne Quest, die hab ich noch nicht gekriegt und deshalb... auch wenn ich ihn jetzt gerettet hab, trotzdem keine XP dafür. Joa, äh, ist jetzt wohl leicht blöd, den Professor hab ich immer noch nicht gefunden. Egal. Pff, was soll's? Heißt ja nicht, dass uns das hier... direkt rausführt oder so. Auch wenn das das Icon dafür zu zeichnen und nicht so... Ja, so, Dingsbums, geil. Äh, ja. So würd ich da jetzt auch reingehen, klar. Mhm. Ganz clever, Kerl. Mhm. Mhm. Aber ansonsten geht's noch. Daneben. Ich will dir, Johann, und nur als Server zu schützen. Aber ich setze es halt für den Arzt-Spiegel selbst. Wer ist der Koi? Geben Sie den Arzt-Spiegel aus und ich lasse Sie am Leben. Er ist unter der reinen Perfektion. Wenn du willst, komm, helft ihn, wenn du kannst. Mhm. Ja, sie wissen nicht, wie dumm es ist, sich mir in den Weg zu stellen. Tja, denkste. Du stehst weiterhin da oben, find ich gut. Das hat's gesessen. What the fuck war das? Hm, 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 hm. Oh, das hat auch gesessen? Cool. Okay, alles klar. So. Alles klar gesehen. Einen Schuss hätten wir noch. Meinst du, weil du zwei Schritte gegangen bist? Das rettet dir irgendwie das Leben oder so. Ganz ehrlich, nee. Was? Lüller. Was? Alter. Wo? Wo? Ah, immer noch da oben. Ah, F. Das war klar, dass das so kommen muss. Ja. Was hat der bitte für einen... Ding-Sie. Das ist doch kein normaler Mensch. Das könnt ihr mir nie erzählen. Ich möchte anmerken, dass er gar... Selbst wenn er eine Weste trägt, das tut weh. Das macht... Der hat irgendein Artefakt, ein unheiliges. Das könnte... Wow! Aus dem Modus bitte raus. Mal schnell speichern, mal gucken, was war da... Wo, wie, wer? Wo steht denn denn nun? Ich habe nichts mehr zum Nachfahren. Oh, Dreck. Ich habe auch natürlich eh nichts mehr drin. Den habe ich ja eben gebraucht. Gut, kann selber ausrüsten. Was? Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Wie hat denn der das gemacht? Der kann höchstens mein Gewehr erschossen haben, aber nicht mich. Gut, wenn das explodiert, tut das ziemlich weh. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja doch. Ach, Tschi. Bloß hier ran. Okay, was habe ich sonst noch für Waffen zur Auswahl? Dreck. Aber ich könnte mal... ...so was machen. Nein, danke. Ey, das hat getroffen. Cool. Das war jetzt gar nicht so geplant. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen albern durch die Gegend ballern. Aber egal. Die könnte ich nochmal. So gefällt mir das bisher eigentlich ganz gut. Aua. Du Drecksack. Okay. Mach nicht so'n Scheiß. Mach hin jetzt. Oh, klar. Es kann doch nicht sein. Jetzt auf einmal, ja? Dann warte ich halt einen Moment. Pff. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo er steht. Ja, möge dein Glaube dich mal schützen. Ich glaube nicht, dass das viel bringt gegen ne... ...gegen schwimmige Wäschen, aber okay. Na toll, zwei. Na toll, null. Ja, 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 ja. Red dir das nur selber ein. Das wird jetzt langsam lächerlich. Wow. Aber ich konnte leider nicht noch einen zweiten Schuss nachsetzen. Ich hab's versucht. Aber so schnell ging's nicht. Ich würd sagen, noch ein vernünftiger Treffer und der gehört uns. Und das sollte machbar sein. Das war kein vernünftiger Treffer. Ja, ja. Vernünftig war das auch nicht. Oh. Ja, komm, schieß. Danke. Der lebt immer noch? Halt, der hat noch einen Schuss. Na, endlich. Mann, das war jetzt auch nicht mehr schön mit dem. Aber der hat... Hey. Ich will Munition. Wenigstens. Oder das Artefakt, das dich so geschützt hat, das mich so genervt hat. Egal. Ich hab dir alles gesagt. Ich bin hier und will ihnen zu helfen. Ich bin hier und will ihnen zu helfen. Ich bin hier und will ihnen zu helfen. Herrophil, would du dich so behavesắng? Ja, ich bin hier und will ihn inspirier. Vielen Dank.